So Leute, wie einige, einige, viele von euch sich gewünscht haben, spiele ich mal mit dem Piraten. Das ist der schlechteste Charakter, mit dem ich jemals spiele und gespielt habe. Also, im GB1 habe ich eigentlich öfters mal mit dem Ingenieur gespielt. Der hat ja auch eine Drohne, da habe ich keine Probleme, aber mit dem Piraten beim besten Bilden, da konnte ich mich nie anfreunden. Ich weiß, einige von euch wollen den extrem, ich wiederum gar nicht. Ich habe mich mit denen eigentlich nie angefreundet. Komm mal her. Zack. So macht man das, der Schnapper hin. Danke, Gleitsiege 3000. Schimpfst du auch irgendwann mal in nächster Zeit? Ich glaube schon. Scheiße. Scheiße. Wäre zu schön gewesen. Hey, aber zwei Kills habe ich schon. Das ist für meine Verhältnisse mit dem Pirat nicht mal schlecht. So, sechs zu vier. Was macht denn der Brainstar? Du Brainst, du verrücktes Huhn. Ich wollte eigentlich ein Fass rein, aber... Ich glaube, ich habe da die Taste verpasst, beziehungsweise ich habe die R1-Taste gerückt, bevor ich mir fast drin war. Mann, schon wieder der R1-Traiter. Drei, zwei, eins, respawn. Einer ist links, einer ist rechts. Mann, geht der mir auf den Sack. Und immer geht er auf mich. Und ich natürlich, weil ich mit Piraten nicht gut bin, habe da das Nachsehen. Wo ist denn der Arsch? Komm, 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 baller mal, du blöder Papagei. Jetzt machen wir den Arsch da mal fertig. Nee, jetzt knallt er mich ab. Komm. Wo ist denn der jetzt hin? Ich sag ja immer, Pirat und ich sind zwei Dinge, die sich da gar nicht vertragen. Ich hatte schon viele schlechte Charaktere, aber der Pirat, der schlägt mal alle. Zwei habe ich. Ja, warum liegen wir hinten, weil ich mit den Piraten spielen sollte. Der Pirat ist der schlechteste Charaktere für mich, den ich je hatte. Komm. Also mit der Drohne vom Ingenieur hätte ich da schon mal ein paar Kills verzielt. Aber nee, mit dem Papagei gar nichts. Da habe ich sogar schon Probleme zu fliegen. Da habe ich gerne auf den entrepreneurialen. Und das musste ich ja... Und das war ja so. Ok, die Erbs ist da drüben. Ha! Hab ich dich du Eiersack. Man! Mann! Ach komm, das kann es ja nicht sein, vier Kills nur. Ich sag ja, Pirate ist der Charakter mit dem ich am allerschlechtesten spiele. 41 zu 30. Der Doktor Zombos ist auch ganz schön nervös. Er kann es ihm auch verdenken. Komm! Ach, ok. Naja, wenigstens habe ich da noch einen bekriegt. Ich warte mal. Hat mich da jemand wiederbelebt? Ich denke mal aber eher weniger. Da-da-da! Die Pflanzen gewinnen! Ja, Auszeichnung habe ich keine. Das wusste ich aber vorher schon. Also, der Abschussmeister hat 22. Und ich habe 5. Naja, kann man nichts machen. Aber ihr wolltet ja, dass ich da mit dem Piraten spiele. Jetzt habt ihr es gesehen, wieso ich mit denen eigentlich nie spiele. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und ja, schaltet wieder mal das nächste Mal ein. Bis bald. Tschüss! Tschüss! Tschüss!